Wie viele Krüme sind in deiner Tastatur? So gut wie keiner, weil sie neu ist. Wie ist das Arbeitsklima am FCD? Sehr freundschaftlich und auf Augenhöhe. Wie kannst du mit dem FCD die Welt verbessern? Naja, vor allem geht das dadurch, dass das FCD sehr informatikorientiert ist, sehr informationstechnologisch und da ich selber Informatiker bin und es auch die Zukunft mehr oder weniger ist, ist es eben einfacher oder besser, dies zu fördern, wenn man auch direkt an der Technik sitzt. Was macht dein Büro zu deinem Büro? Auf Anheber würde ich jetzt sagen, die Arbeitskollegen, mit denen ich hier sitze, mit denen ich mich auch sehr gut verstehe. Was ist deine Aufgabe? Hauptsächlich wird meine Aufgabe sein, in der Softwareentwicklung tätig zu sein und verschiedene Industrieprojekte zu bearbeiten und natürlich auch meine eigene Forschung voranzubringen. Was unterscheidet dich vom Klischee-Informatiker? Was unterscheidet dich vom Klischee-Informatiker? Ähm, da Informatiker ja, oder ich glaube das Hauptklischee ist, dass sie lange an und langen Bart haben, finde ich das ist das Hauptmerkmal, das mich vom Klischee-Informatiker unterscheidet. Was ist das Tollste an deinem Job? Ähm, das Tollste an meinem Job ist, ähm, das Bearbeiten von interessanten Projekten, das Einarbeiten von, äh, und recherchieren von interessanten Themen und eben auch dieses, ähm, der gute Ausgleich zwischen der Anwendung, beziehungsweise von der Einlernung der Theorie bis zur Anwendung.